hallo und herzlich willkommen bei mani ich will euch heute mal zeigen wie man einen non survival dino als server owner in den survival modus bringt ja so wenn ihr jetzt jemanden einen non survival dino im survival modus geben möchtet dann muss dieser sich zuerst mal safe loggen sprich wir müssen die zeit abwarten die hier steht um safe auszulocken sobald der time abgelaufen ist verschwindet hier auch die zeit und wir können safe loggen der nächste schritt wird dann sein in eure server datenbank zu gehen klappt über dedicated server genauso wie über zum beispiel pink perfekt bei uns ist es hier die eil wir haben unsere datenbank in saved databases da unser server auf survival steht wählen wir den survival ordner auf wir gehen auf players denn da stehen alle sie mal dies drin die jemals auf unserem server waren wir gehen auf bearbeiten und hier steht auch drin wir haben ein pari adult es und ja hier stehen die ganzen statistiken dazu wie groß sind wir wie viel hunger haben wir wie viel durst haben wir ist stamina zu lebenspunkte ob wir bluten wie viel sauerstoff wir haben welches geschlecht wir sind ja fels steht übrigens hier für männlich wir könnten es noch in tru ändern dann sind wir weiblich aber es bleibt dann euch überlassen so was ist wichtig ist wir wollen uns jetzt ein spiel geben wir wollen sein spiel auf dem server geben heißt wir geben hier einfach mal spiel ein funktioniert genauso für andere dinos wie camera puerta herrera austro und so weiter aber wir probieren jetzt einfach mal den spiel so wenn wir das gemacht haben ist es wichtig wir waren ja vorhin pari der pari der hat wesentlich weniger hunger statistiken durch statistiken und elf heißt wenn wir jetzt einfach spiel machen und sagen ja wir speichern das und wollen so wieder auf den server gehen dann sind wir eigentlich fast tot das wollen wir ja deswegen ist es eigentlich fast egal was wir hier eingeben ich gebe hier einfach immer hunger 26.000 39.000 stamina ist eigentlich fast egal kann man kann man so lassen herrs hier 30.000 ist ist halt wirklich egal aber hauptsache ist wird so viel eingegeben dass man das maximum erreicht also erwähnt nicht 130.000 half haben aber das maximum was für den spiel erreichbar ist wird er dann haben so um euch das mit dem gender noch zu zeigen also wie gesagt wir waren mail wenn wir das jetzt auf true ändern dann werden wir als weiblicher spino wieder einsteigen so wenn wir das gemacht haben dann speichern wir das ganze schauen dann also locken jetzt wieder auf den server ein und schauen ob es geklappt hat so und siehe da wir sind alle gleichen location wie der pari wieder rein gespawnt und wir sind ein spino der auch ja full life und ja alles voll im prinzip haben wir ja haben wir so eingestellt so und so vergibt man non survival dinos im survival leute ich hoffe das video das spaß gemacht wenn es hilfreich war freut es mich für euch ich würde mir wünschen wenn ihr vielleicht irgendwelche anmerkungen in die kommentare schreibt und mir eventuell ein abo da lasst macht es gut euer money ciao